Musik Und da sind wir wieder zurück im Hamburg 1 Frühcafé. Wir hatten gerade ein paar technische Probleme, ein kleiner Stromausfall. Kalle? Kaum bin ich da. Kaum bin ich da, versagt die Technik. Ja. Jetzt sehen wir dich in voller Pracht und in Farbe. Ja. Schön, dass du hier bei uns bist. Ich freue mich auch. Ich dachte ja erst, dass Emma irgendwie ein Kabel angebissen hätte, aber zum Glück nicht. Also sie erfreut sich bester Gesundheit, unsere Technik auch wieder. Und natürlich du. Schön, dass du hier bist bei uns. Ja. Du hast was Neues mitgebracht. Ich habe was Neues mitgebracht und zwar, ich hatte eine Regiearbeit gemacht für mein eigenes Musikvideo und ich bin gefragt worden, ob ich nicht mal Lust hätte, ein Musikvideo zu machen von dem Axel und da habe ich gesagt, okay, das kriegen wir hin. Ja, und dann habe ich gefragt, ob ihr daran Interesse habt. Ihr wart Feuer und Flamme. Natürlich. Und der Axel, der war auch Feuer und Flamme. Wie lange kennst du Axel? Wer ist Axel genau? Axel Stender, das macht die Videoproduktion. Und wir haben uns kennengelernt, irgendwann mal bei irgendeinem Auftritt, da kam er dann an und sagte, du bist ein guter Typ und so, ich würde ganz gerne mit dir mal ein Video machen. Und wir wollten das ursprünglich im Sommer machen, aber die alte Geschichte wie beim letzten Besuch, wir hatten einen Unfall und da ging natürlich nichts mehr. Und den letzten Sonnentag in diesem Jahr, den haben wir noch genutzt und haben schnell ein Video gezimmert. Ich hatte selbst auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und im Nachhinein an alle Kollegen von der Regie. Ich habe viel Scheiße gebaut. Du hast viel Scheiße gebaut? Ja, aber es war die erste. Also ein, zwei kleine Flüchtigkeitsfehler vielleicht. Nee, es sind sogar ein paar mehr, weil man sieht im Motorrad, spiegelt sich dann mitunter da die Sonne, der Kameramann oder so. Also es ist mir einiges daneben gegangen. Je öfter ich das angucke, desto mehr Fehler entdecke ich, aber auch Fehler lernt man. Und im März mache ich mein nächstes Video mit Junge, ich komme bald wieder im Hamburger Hafen. Und da machen wir dann vieles richtig. Hoffentlich auch bei Sonnenschein und dann wärmeren Temperaturen. Auf jeden Fall. Denn jetzt musstest du ja auf den letzten Sonnentag im Jahr zurückgreifen, da war es aber schon ein bisschen frisch, ne? Es war unangenehm kühl, ja. Ich glaube, man sieht es auch, ich trage, glaube ich, kein T-Shirt und das will bei mir schon was heißen. Weißt du, wir haben heute Morgen von unserem Wetterexperten gehört, die Temperaturen, die fühlen sich teilweise an wie bis zu minus 10 Grad. Bist du eigentlich mit der Harley hergekommen oder mit dem Auto? Nein, ich bin mit dem Auto gekommen, aber auch mit Rücksicht auf meine Frau, weil die es leicht erkältet und das sind dann doch nicht unbedingt Temperaturen morgens um 5, die sie braucht. Das hat sie gefreut, die hat dir gerade eine Kusshand zugeworfen. Hat man nicht gesehen in der Kamera, ne? So soll das sein. Ja, ich krieg viel von ihr. Emma macht hier so ein bisschen die Morgentoilette zwischendurch. Ein Stückchen Frühstück gibt's noch. Kalle, wir haben viel drüber gesprochen. Wir wollen jetzt auch reingucken in das Video. Ja, ich bin ganz gespannt. Ihr habt das ziemlich geschnitten, hab ich gehört. Wir haben es ein bisschen gekürzt, weil das Original sind ja 5 Minuten 30. Das ist natürlich ein bisschen lang für uns, aber wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet. Gucken wir mal rein. Ich habe auch Studiogäste mit hier, der Andy Eagle zum Beispiel. Ja, die zeigen wir nachher, sieht man gerade nicht in der Kamera. Wir gucken erstmal in das Video rein, würde ich sagen. Und danach dann die Studiogäste vielleicht nochmal. Der Einspieler von Kalle Haverland. Hey, 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 Halli, ho, Halli, Halli, vielleicht du, ob du alt bist oder neu, wir lieben unsere Halli immer so, und alle macht die Halli richtig groß. Und siehst du mit der Halli einmal los, dann ist das auch für dich das große Lohn. Der Asphalt wird in deinem Haus, der Asphalt wird in deinem Haus, und für dich geht die Straße niemals auf. Hey, 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 Halli, ho, Halli, Halli, vielleicht du, ob du alt bist oder neu, wir lieben unsere Halli immer so, und alle macht die Halli richtig groß. In deinem Herzen ist nur für sie Platz, es ist die Halli, dein grüster Schatz, wir fahren mit der Halli um die Welt, und über dir das Himmel zählt. Hey, 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 Halli, ho, Halli, Halli, vielleicht du, ob du alt bist oder neu, wir lieben unsere Halli immer so, und alle macht die Halli richtig groß. Und jetzt ist er weiterhin hier bei uns auf der Couch, Kalle Haverland, also das sah sonnig aus, ich habe jetzt keinen Fehler gesehen so richtig. Oder hast du da jetzt schon irgendwas entdeckt? Ihr habt die Fehler rausgeschnitten, glaube ich. Optimiert, haben wir extra gemacht. Du hast die CD mitgebracht, Kalle Haverland, Halli. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich habe doch ein T-Shirt angehabt, das war zwar das Sommer-T-Shirt, aber meine Frau hatte eine Winterjacke an, also muss es kühl gewesen sein. Genau, die Braut hinten drauf, war deine Frau? Nein, die mit dem schwarzen, mit dem Helm. Ja. Die Braut, die haben wir da aufgelesen, die haben tatsächlich geheiratet in den Markthallen dort und wollten da unter der Brücke Fotos machen, aber wir waren zuerst da. Dann habe ich kurz die Braut entführt und das Schöne war, die Geschichte war so, meine Frau war ja hinten drauf, ist ja auch die ganze Zeit mitgefahren. Und ich hatte gesagt, unter der Brücke möchte ich dann gerne alleine fahren, diese Schatten, so Lichtschatten, Lichtschatten unter der Brücke. Und ich sagte zu ihr und endlich, dann setzt euch schon mal hin, reserviert Plätze, wir kommen gleich, weil wir waren auch ein relativ großes Team. Ich möchte da gerne alleine fahren und dann fahre ich an den Tisch vorbei mit der Braut hinten drauf. Da hättest du mal das Gesicht von meiner Frau sehen sollen. Ja, ich hätte gefallen, wir können jetzt ja mal die Frau einblenden oder deine Gäste, du hast ja einen Fanclub mitgebracht, teilweise sehr weit angereist. Du hast extra für deine Videopremiere hier bei uns. Ja, aus Mahne, aus Schleswig-Holstein, aus Baden-Württemberg, aus Bad Sägeberg und naja, Hamburg eben halt. Hamburg eben halt, genau. Kalle Haverlands Fanclub mit dabei, wenn du ein neues Video rausbringst, muss das so sein. Wir freuen uns aufs nächste Video, das haben wir auch schon angesprochen. Lass uns auch noch mal kurz über Fußball reden. Wir haben ja schon mal gesagt, oder das hast du zumindest mal gesagt, viele Leute, die würden gar nicht die Musik erwarten, die du machst, wenn sie dich sehen vom Erscheinungsbild. Da sagst du, ist ja vollkommen egal, man macht ja das, was man möchte. Richtig. Eher HSV, eher St. Pauli-Fan? Ich bin eigentlich eher ein St. Pauli-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin Hamburger, bin natürlich genauso für den HSV und im Moment bin ich also, was das angeht, also völlig angepisst, angepisst auf die Leute, weil die verdienen so viel Geld und haben es nicht für nötig, da mal hinter den Ball hinterher zu laufen. So schwer kann das doch nicht sein, also ich glaube, das kriege ich sogar noch hin. Guck mal hier, die Schlagzeile heute im Abendblatt, Hamburg kann alles außer Fußball mit den beiden Trainern. Könntest du ohne weiteres unterschreiben, ne? Kann man, ja, ohne Frage, ja. Also im Moment ist das ziemlich enttäuschend. Ich war ja selbst im Stadion jetzt am Samstag, äh am Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag und hab von der Astra-Lounge aus beobachten können das Spiel. Ganz anderen Blickwinkel gehabt, sonst bin ich immer in der Süd bei den Ultras, aber, ne, das war ein grauenvoller Kick. Also, ne, geht gar nicht. Die Harley, die wir jetzt gesehen haben im Video, ist die jetzt eigentlich schon eingelagert für den Winter? Hat die jetzt Winterpause, oder? Nein, also bei mir gibt es keine Winterpause. Gibt es nicht? Nein, ich bin ein Ganzjahresfahrer, wenn schönes Wetter ist, beziehungsweise schön ist für mich trocken. Ja? Ja, dann bin ich auch, ich hab kein Kennzeichen geteiltes für Sommer, Winter, sondern ich kann das ganze Jahr über und das nutze ich auch, ja. Das heißt, auch wenn im Winter die Sonne rauskommt, es trocken ist, nicht glatt, dann wird die Harley rausgeholt? Absolut, ja. Sonst wird dir was fehlen wahrscheinlich, ne, wenn du das Baby wegschließen müsstest, irgendwie für Monate? Ja, nee, das ist auch so, das gilt auch für meine Frau, wenn du mal irgendwie so, es gibt ja immer mal so Tage im Leben, wo du nicht so gut drauf bist, wo du so ein bisschen durchhängst oder so. Und wenn du dich dann aufs Mopad setzt und selbst wenn du nur eine halbe Stunde oder so durch die City fährst, das macht die Birne frei. Also es ist ein Glückshormone, glaube ich. Ja. Dann hat dein Videodreh auch die Birne frei gemacht. Da waren viele Hamburg-Impressionen zu sehen. Du hast gesagt, das nächste Video im Hafen. Jetzt warst du in der HafenCity unterwegs mit der Harley. Ja. Wie aufwendig war denn der Videodreh? Ich hatte das also versucht, vom Budget her relativ klein zu halten, was mir aber nachher gar nicht mehr gelungen ist, weil es wurden immer mehr Leute. Aber es war sehr, sehr, sehr schön und Hamburg ist nun mal auch eine schöne Stadt und wir hatten eigentlich vor, noch ein bisschen aus Land zu fahren, aber uns lief die Zeit weg, das Licht ging langsam zu Ende. Wir hatten, du hast das gesehen, da am Lagerfeuer nachher mit, glaube ich, zehn, zwölf Leuten gesessen, haben schön Pizza gegessen. Genau, wo wurde das gedreht, die Feuerszene? Das war bei Pete Louis, der hat auch die Gitarre gespielt. Andy Eagle hat die Mundharmonika gespielt, was ihr jetzt nicht gezeigt habt, den Anfang. Da möchte ich dann nochmal drauf hinweisen. Das Video wird hochgeladen bei YouTube. Genau. Natürlich. Da kann man es dann in voller Länge sehen und ich hatte vor, ein Musikvideo zu machen, eben über die Harley und im Anschluss ein Impressionsbild zu machen mit den Mitwirkenden, weil ich denen natürlich auch was Gutes tun wollte, weil die mitgemacht haben. Andy Louis ist ein hervorragender, äh, Andy. Andy und Andy Eagle. Und Pete Louis sind hervorragende Musiker und die haben dann abends zum Lagerfeuer ein bisschen geschrampelter. Das war... Ein bisschen geschrampelt. Ja. Es war... War gemütlich. Ja, es war einfach toll, ja. Sehr schön. So lässt man so einen Tag dann auch ausklingen. Wir haben darauf hingewiesen, das Video, das war jetzt ja so ein kurzer Ausschnitt bei uns, zum Lustmachen. Das richtige Video in voller Pracht gibt es dann zu finden bei YouTube. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Wo gibt es das nachher zu sehen? Kalle Haverland. Kalle Haverland. Ganz einfach. Soll man nicht darüber nachdenken. Eben. Kalle Haverland. Ja. Holst du irgendwas raus? Ja, guck, könnt ihr notieren. Kalle Haverland, schreibt sich mit V. So einfach ist das. So einfach kann das sein. Und die CD, die gibt es auch noch zu gewinnen. Und zwar auf unserer Facebook-Seite. Facebook.com slash Hamburg, Frühcafé Hamburg 1. Und da, guck mal, da gibt es sogar noch ein Interview von dir. Auch Kalle Haverland. Sagen wir mal eine Widmung. Eine Widmung. Alles Gute. Und dein Autogramm. Sehr schön. Und Live-Musik bei uns im Studio gibt es auch noch. Ja. Da freuen wir uns gleich auch noch drauf. Ist die Stimme schon gut geölt? Ja, du hast mir ja damals, als ich das letzte Mal zum Besuch war, hast du mich ja angesprochen auf Ding Dong. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, gut, wenn ich schon hierher komme und dir hat es so gut gefallen, dann muss ich es auch für dich singen und für das Publikum natürlich auch. Und für das Publikum. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Gerne ess ich Löwenzahn und auf mein Fall Gras. Traf ich einen Typen, der hatte das in Tüten. Zehn Stück hatte ich in meinem Magen und mir war so bäh, als würden mich die Engel tragen und ich sang den Song. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Nun sag ich den Typen das, so war es auch krass. Nahm mir die Montenpillen, die sind so gut zum Schillen. Ich schmiss sie in mein Rachen rein und dann sah ich Drachen. Sieh sie wie der Feuer, schwein groß und klein. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Und jetzt geht's mir wieder gut, ja so richtig gut. Nehm mir keine Drogen mehr, das ist ein alter Hut. Hab ne Harley, eine Frau und auch einen Hund. Arbeite ein bisschen mehr, denn meine Welt ist bunt. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn von King Kong. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ich bin der Kalle und der Sohn vom King Kong. Ich bin der Kalle und der Sohn vom King Kong. Ding, Dong, Ding, Dong, Ding, Dong, Ich bin der Kalle und der Sohn vom King Kong. Ding, Dong, Ding, Dong.